Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Polizei beendet pro-palästinensisches Protestcamp am Kanzleramt. Polizeiliches Verbot gegen pro-palästinensisches Protestlager in Kanzleramtsnähe. Ein pro-palästinensisches Protestlager, das in der unmittelbaren Nähe des Bundeskanzleramts in Berlin errichtet worden war, ist von der Polizei aufgelöst und verboten worden. Dies wurde von der Berliner Polizeibehörde bestätigt. Die Betreiber des Lagers, die sich selbst als Teil der pro-palästinensischen Bewegung beschreiben, hatten erklärt, sie wollten auf die Situation in den besetzten Palästinensergebieten aufmerksam machen und die Bundesregierung dazu bewegen, sich stärker für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt einzusetzen. Die Berliner Polizei hingegen begründete ihren Einsatz damit, dass das Camp gegen das Versammlungsrecht verstoße. Zudem sei keine Genehmigung für eine solche Dauerkundgebung vor dem Kanzleramt erteilt worden. Nach Polizeiinformationen wurde das Camp am Donnerstagabend ohne Widerstand der Teilnehmer aufgelöst. Es gab keine Festnahmen. Die Entscheidung der Polizei wurde sowohl von der jüdischen Gemeinde Berlin, die die Kundgebung als aggressiven Akt des Antisemitismus verurteilt hatte, als auch von Vertretern der deutschen Politik gelobt, die vor allem die Sicherheit des Kanzleramtes betonten. Die pro-palästinensische Bewegung kritisierte das Vorgehen der Polizei und kündigte an, rechtliche Schritte prüfen zu wollen. In einer Stellungnahme betonten sie, dass ihr Protest friedlich gewesen sei und lediglich der Meinungsäußerung diente. Der Vorfall wirft erneut Fragen zum Umgang mit politischen Protesten in Deutschland und insbesondere in Berlin auf. Die Diskussion betont die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit einerseits und den Sicherheitsanforderungen und Bedenken von Behörden andererseits. Die Debatte um das Thema dauert an und wirft grundsätzliche Fragen zur Balance zwischen Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie der Sicherheit der Hauptstadt auf. Dieser Bericht beruht auf Informationen der Berliner Polizei, der jüdischen Gemeinde sowie der pro-palästinensischen Bewegung. Verfasst von Anita Farke, Freitag, 26. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.